Ah, mal bin ich ja mal wieder, ja, ja, ich bin mal wieder gespannt, ob da vielleicht eine Höhle ist. Ey, das gibt's doch einfach nicht, dass wir hier null Höhlen finden. War schon in der alten Welt so, die ich ja eigentlich behalten wollte. Aber naja, Minecraft hat es anders gewollt. Minecraft mochte die Welt nicht. Minecraft wollte, dass wir uns eine neue machen. Mein Gott, ist das scheiße, wenn man so was machen will, aber einem dann kein Text einfällt. Das ist das Schlimmste. Wow, ich erschrecke mich hier immer, was, ey, das glaubst du gar nicht, ich bin so schreckhaft. Raste aus, Sound, raste aus, raste aus, ich mach dich gleich aus. Oh, wie schlimm das ist seit dem Update, ne? Brenne, brenne. Ah, und voll um. Wow, ne, 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 das kann einfach nicht wahr sein, was wir hier an Creeper finden. Das war doch sonst nicht so. Wow, ich Idiot. Aber ich hab fast das Wasser getroffen. Jo, ja, ja. Mach doch einen 10-fachen Sound. Äh, wir sind ziemlich weit weg vom Haus, aber gehen gerade wieder dahin, das ist ja nicht so toll. Ich will heute schon was schaffen. Ein bisschen. Ein bisschen, aber nicht viel. Nur ein bisschen. Ach, Mann. Wow. Ach, guck mal, hier ist wieder so einer. So eine Herrschaft ist hier wieder. Ja, der gibt eindeutig mehr EXP, glaube ich. Eindeutig, glaube ich. Och, ey, irgendein Höhleneingang. Irgendetwas. Irgendetwas mussten wir finden. Aber wir taten es nicht. Alter. Epic Leck. Also wenn es um Höhlen geht auf der Welt, ne. Habe ich jetzt auch noch gar nicht oft gesagt. Dann ist man hier echt schlecht dran. Hast du schlechte Karten hier bei der Map. Also im Dschungel scheinen auf jeden Fall echt weniger Mobs zu sein. Hoffentlich ist das kein Dschungel, wo wir schon mal waren. Aber so weit wie wir vom Schuss ab sind. Wir sind so weit ab vom Schuss. Ist auch so ein komisches Sprichwort, was ich nicht wirklich verstehe. Sagt man immer, aber... Naja. Da kommt wieder ein Sumpf. Na toll. Freut mich. Das wollte ich schon immer mal haben. Ich wollte schon immer mal in den Sumpf. Sagen wir so. Wenn der Höhleneingang hätte, würde ich mich über jeden Sumpf freuen. Auch über jedes andere Biom, aber nicht über Schafe, die verbackte Sounds haben. Geht sterben. Verbrennen. Haben wir hier was? Natürlich nicht. Jetzt kommt den Creeper reingescheißert und tötet uns. Ui, doch nicht. Ah, da sind auch... Nicht nur... Ja. Naja. Oh, ich sag da nichts mehr zu. Ist mir jetzt schnurzpiepe. Noch so ein Sprichwort. Da-Dschungel, sumpf, da-Dschungel. Toll. Ah, ne, das ist der gleiche sogar. Die Waage ist sogar derselbe. Warte, da ist ein Schleim. Nur weil ich grad nichts zu tun hab. Okay, ich hab was zu tun. Höhle suchen. Trotzdem, ich find ja keine. Ich geh mal eben den Schleimigen da töten. Oh, und den Schleimigen. Hui, ja, Schleim-Party. Kommen wir noch ein paar Creeper, die uns beim Töten helfen wollen, damit wir auch schön nix droppen und am Endeffekt noch zur Belohnung sterben. Das wär doch jetzt die Krönung. Ah, ne, aber ein Skelett. Reicht ja erstmal für den Anfang. Acht Schleim-Balls. Zwölf Schleim-Balls. Muss man ja immer nochmal sicher gehen. Die stecken sich ja. Wer war das? Hm. Vielleicht war es hier so's. Da hinten ist so ein Vetter. Da möchte ich hin. Da hinten ist mein Vetter. Geh bloß weg. Danke. Ach guck mal, hier ist einer explodiert. Hm. Wow, 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 wow. Ach so, ach so. Die haben den Bug gefixt, wenn die im Wasser sind. Ach so, ja, dann ist ja alles klar. Ich weiß, früher konnten die sich im Wasser ja gar nicht bewegen. Das war ja richtig scheiße. Boah, von wegen... Boah. Weißt du, vorher hatte ich die Bugs noch nicht mal, die die angeblich alle gefixt haben. Bis auf den jetzt mit dem Slime. Aber heute... Heute kriege ich's knüppeldick. 13 Schleim-Balls. Das wird's nicht dein Ernst, oder? Die anderen verbrannt, oder? Wow. Ich hab grad gedacht, die Türens... ...en Zischer-Kwippen. Hallo? Hallo, hallo. Ach, da hinten. Hm, ach so, ja. Ach, Mensch, ist das schön, wenn die sich im Wasser frei bewegen können. Ja, komm, der ist jetzt alt. Da hinten ist auch noch einer. Ist ja eine richtige schleimige Tour hier. Ich geb mich mal bei denen hier einschleimen. Ha, 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 ha. Hör wenigstens auf mit deinem verbackten, doppelten, dreifachen, zehntausendfachen Sound. Und lass dich bitte einfach töten. Oh, was wollen die denn jetzt da? Dann komm ich jetzt halt zu euch. Ach so, ja, macht, haut euch gegenseitig. Da hab ich jetzt wirklich mal nix gegen, ausnahmsweise. Sonst hab ich ja gegen alles, was gegen, was ihr macht, ihr Monster. Zum Glück machen die Slimes in ihrer Größe jetzt gerade kein Damage mehr. Ich kann euch ja auch mal ein Screenshot zeigen, aber ihr könntet ja auch selber sehen, wenn ihr euer Minecraft startet, sofern ihr es denn besitzt. Da steht, äh, äh, 1.4, 1.3 mit included, also mit inklusive, also hier mit integriert. Und dann steht da auch alles mögliche, Slimes, Water, Fix. Äh, Blocks in transparenten Blocks, dass man die nicht aufheben kann, Fix. Alles mögliche, alles, was einen nervt, Fix. Und wann ist? Erst jetzt hab ich das alles. Nee. Wow. Macht doch ein noch größeres Feuer, dass der ganze Bildschirm voll ist. Ach so, da brennt er einfach mal selber, als dass er von meinem Schwert stirbt. Ah ja. Also heute ist echt, glaub ich, so eine Aufrege-Folge oder Aufrege-Aufnahme. Das ist aber echt schlimm jetzt gerade. Ist jetzt noch irgendwo einer? Ach, und wenn schon. Sticky Pistons sind eh kein Problem mehr. Da hinten hüpft noch einer fröhlich, aber... Wenn man Sticky Pistons will, wir haben jetzt schon eh über 64, glaub ich. Ja, wenn dat nochmal 34 sind, beim letzten Mal hatten wir auch ne ganze Menge. Ne ganze Menge! Okay, einfach nur, weil ich meine Aggressionen grad ausleben muss. Musste die Spinne sterben. Boah, ich unterbrech gleich die Aufnahme wegen den Sounds, ne? Aber ich hab ja noch nicht mal dat überhaupt ansatzweise gefunden, was ich wollte. Und zwar meinen Redstone. Dafür hab ich die Aufnahme ja überhaupt... Also dat ist mein Hauptgrund, den ich diese Aufnahme schaffen wollte. Nicht der Hauptgrund, wofür ich die Aufnahme gestartet hab. Das war, weil ich keine Folgen mehr hatte. Hallo? So, geht's da vielleicht in die Wand rein? Also langsam wird's echt deprimierend. Oder? Ja. Wird echt deprimierend langsam. Das ist nämlich hier wieder nichts. Aber ich hab grad'n Höhlengeräusch gehört. Sollte ich mich hier vielleicht einfach mal in der Gegend rumbudeln? Ach, da! Oh! Bestimmt jetzt wieder so ein Gang. Einer von den Berühmten. Achso, ja. Ist sogar einer. Ich bin so gut im Voraussehen. Ich muss Hellseher werden. Oh! Ja, ja. Toll. Okay. Okay. Achso, ja. Nice. Ah ja, klar. Ich mein. Aber da war doch noch ein anderer, oder? Hallo, Spinne? Naja, genau. Der. Oh, der geht aber schön runter. Ist ja eigentlich genau dat, was ich will. Ich weiß nicht genau, ob es Redstone gibt, aber ab tief. So viel weiß ich. Und das ist auf jeden Fall tief genug. Ich glaube, man könnte... Ne, auf der Höhe kannst du noch keine finden. Das ist oftmals noch die normale Terra... Ähm... Öbene. Ebene. Öbene. Ich muss mich manchmal echt über meine Sprachwähler selber schrottlachen, ne? Boah, wenn hier jetzt Ende ist, auch bitte nicht. Boah, wie tief geht denn das noch? Was Eis in deiner Wand? Ich glaube, da doch, da hole ich mir. Ich habe gedacht, ich komme da nicht mehr so nah dran. So. Alter, geht das jetzt bis zum Bedrock runter, oder was? Was ist ein Loch? Alter, das hört gar nicht mehr auf. Ich glaube, der geht direkt bis zu den Diamanten runter. Was? Unser Schwert ist... Halbschrott? Unser geiles... Ja, das hat keine Haltbarkeit gehabt. Hm. Naja, noch ist es ja erst Halbschrott. Schade. Ich weiß nicht, ob das den hundertsten Part noch miterleben wird. Wenn nicht, ich werde ihm... Ich werde ihm Schwert davon berichten. Alter, das geht wirklich... Jo, das geht bis zur Diamantenebene runter. Von oben, Höhe weiß ich nicht, 70 oder so, bis zur Diamantenhöhe. 60, 70 oder so haben wir angefangen. Weil beim ersten Abschnitt runter waren wir schon bei... Waren wir sogar noch bei 60. Knapp 58 oder so war das. Schön. Einfach mal die Fackeln wieder alle abhauen. Hollow up. Ich mach jetzt einfach so. Außer jetzt. Oh, gut abgeschätzt. Ah, da ist direkt die La... Nein, 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 nein. Licht, Licht, Licht. Nein, 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 Licht. Boah. Ey, erschreck mich nicht. Achso, und hier geht's wieder hoch. Aha. Okay, wir scheinen... Oh, wir haben endlich eine Höhle, glaube ich. Äh, da. Nee. Erstmal da und da und dann so und so und so und so und so. Das sollte erstmal reichen. Dann machen wir so und 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 so. Und dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Fackeln. So, haben wir die denn jetzt irgendwo Redstone? Boah, wie viel Wasser. Krass. Ja, verschwindet. Das geht auch langsamer seit irgendeinem Update. Seit 1.4. Kommt mir so vor, ist so. Da scheint Lava zu sein, weil da waren wir auf keinen Fall. Okay. Höhe. Ja, Diamantenhöhe. Das ist ja nice. Wir haben immer noch die Tagesplaylist, also die normale Playlist an. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt gerade Bock habe zu wechseln. Das hier ist mir zu gefährlich, muss ich sagen. Und jetzt ist es mir zu dunkel. Also auf Obsidian machen die nicht ehrlich Licht, oder? Nicht ehrlich, nicht wirklich. Wo kam der her, da? Alter, was ist denn hier? Da war Redstone. Aber ich gehe jetzt erstmal hier so und da so. Oh, nice Trick. Höhe. Okay. Brauche ich jetzt nicht mehr gucken. Ich weiß, wo wir ungefähr sind. Also könnten wir ja Glück haben. Gut. Erst kurz die Lage gecheckt und dann können wir da hinten hin. Und hier auch das Eisen mitnehmen, natürlich. Ist ja seit langem mal wieder eine Rohstofffarm. Und dann wollen wir auch ausnutzen, damit wir erstmal, wie jetzt, lange Zeit, keine mehr machen müssen. Okay. Alter. Einfach so ein paar nervige Viecher gemacht, die noch nicht mal was bringen. Jetzt sind die Minecraft-Programmierer. Hallo, 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 stirb. Vielleicht ist deswegen das Schwert kaputt, weil ich es zu oft benutze. Für jeden Scheiß.